Hallo, meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Werkfeuerwehr Simulator 2014. Bücher und Laden, Handladen und ja. So, und dann habe ich auch eine kleine Bekanntmache zu machen, aber dann warten wir mal kurz bis zu diesem Punkt, wo ich euch das sagen darf, soll, muss oder kann oder darf oder ja, was auch immer. Weg verloren. Das hat immer so viel zu tun. Ach, Moment, bevor wir das machen, ich muss noch ein bisschen was an der Einstellung ändern. Irgendwie an der Lasingmachung auch mal aus. Ich weiß nicht, warum das ab und zu so laggt. Hm, gehen wir mal von der Auflösung vielleicht ein bisschen runter. Na? Ja. Okay, neu. Nein, nein, spinne ich oder was? Nein, ich will kein neues Spiel verderben. Was mache ich? Ich bin doch ein Vollhonk. Guten Morgen zusammen. Nein, geh weg. Ich habe selber viel zu tun. Wir wollen nicht dich spielen, so ein Spielstandladen. Jetzt hast du mal richtig. Sorry, aber so kann man ein Let's Play auch in die Länge ziehen. Ja. Okay, so. Guten Morgen zusammen. Und da ich selber viel zu tun habe, nur schnell das Wichtigste in Kürze. Zunächst zu unserem Feuerwehrmann Anwärter. Ich teile dir heute das Einsatzleitfahrzeug Florian 1 zu. Florian 1 zu. Okay, nachdem du den Feuerlöscher auf seine Fürst hat und das Fahrzeug auf seine Funktionalität geprüft hast, bist du heute auf unsere Lieblingsbeschäftigung und die Zaunkontrolle zuständig. Und jetzt kommt das Wichtige, Leute. Da hat doch tatsächlich gestern Wizz Games mein Video angeschaut und hat gesehen, wie ich versucht habe, die Zaunkontrolle zu machen und natürlich ist dann wieder in Einsatz gekommen. Ist klar. Leute, ignoriert diese Zaunkontrolle. Das ist ein Textfehler, der was noch drin ist im Game. Diese Zaunkontrolle gibt es nicht mehr. Also, wir können beruhigt und ohne Stress an unsere Arbeit rangehen. Cool. Also wichtig, keine Zaunkontrolle mehr. Und in Gänsefüßchen und ganz fett unterstrichen und ganz groß geschrieben. So. Das ist ein wichtiger Inhalt dieses Videos. Okay, bist du... Ja. Genau. Dann machen wir mal weiter. Vom äußeren Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug ja soweit ganz gut im Schuss aus. Ich hoffe, dass dies auch für seine Funktionalität gilt. So. Das war's auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit und... Wir können ja an die Arbeit gehen. Wir können ja auch an die Arbeit gehen. So. Öp. Raus da. Ich muss doch jetzt irgendwo wieder mal die Kantine finden, oder? Wo man saufen, essen und sonst was machen kann. Aber ich finde sie nicht. Ich weiß auch nicht warum. Hallo. Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Was haben wir da? Da ist mein Büro, glaube ich. Aber das interessiert momentan nicht. Da ist auch nichts. Mann, bin ich denn so ein... Ein, ein... Da ist zu. Es gibt's doch nicht, oder? Ich finde es einfach nicht. Entweder bin ich zu dumm, oder zu dumm. Oder. Ich bin oder. So, was bist du denn da? Was ist da unten? Ein leerer Raum. Den kennen wir. Den leeren Raum. Einsatzbeutel für Florian 1. Von einer der Metallverarbeitungen kam eine Alarmierung rein. Eine der Brandmelderanlagen hat ausgelöst. Wer gibt die schlösten Florian 1 verstanden? Brandmelder hat ausgelöst. Ja, Kollegen, da rennen sicher. Die Sannis. Ich fahre auf alle Fälle wieder mit der Außenansicht. Was war das? F6, genau. So. Ich muss einfach nur meinen Kollegen nach. Ich fahre auf alle Fälle. Ei, ei, ei. Das ist schon noch ein bisschen Shit mit der Steuerung. Aber ich denke mal, so nach drei, vier Teilen kriegen wir es rein. Und es ist verdammt laut hier. Oh. Scheiße. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, ihn richtig zu fahren. Das fahre ich schon wieder querfeld ein, verdammt. Ich habe noch eine Minute Zeit. Oh. Da oben haben wir so den Brand. Ich fahre gleich hier durch. So. Gleich mal hier. Äh, F. Das haben wir jetzt aussahen. Jetzt müssen wir nur noch schauen, wo der Ding ist. Der wird wahrscheinlich oben irgendwo sein. Der Brandmelder. Ah, da haben wir ihn schon. So. Dann machen wir mal aus dich, hä? BBM-A-Alarm hat sich bestätigt. Das Feuer wurde erfolgreich bekämpft und die Anlage wieder zurückgesetzt. Verstanden. Okay, schön. Haben wir ja schon mal was Gutes getan heute. So. Das Gelände ist auf alle Fälle riesig. So. Was wird hier kubt? Mann. Echt. Wollen wir überhaupt nicht. Da, 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 da. Und zurück. So. Halt. Ja, du. Könntest mal Bayerisch Flugen anfangen. Ich glaube, dann versteht der gar nicht mehr. Ja, du. Du blöd, ich geh in den Griff. Ah, toll. Die fahren auch wie die letzten. Ich glaube, da kann jeder hier fahren, wie er will. Dann machen wir das auch mal so. So. Was brauchen wir jetzt? Wir müssen unbedingt auf jeden Fall mal unser Auto waschen. Aber. Ah, hallo. Irgendwie fahr' ich grad voll den Hund zusammen. Aber ist ja egal. Aber ist ja egal. Je weiter wir hier kreuz und quer rumfahren, desto eher lernen wir das Gelände kennen. Das ist ja meistens so. Ich werde vielleicht mal schnell schauen. Mal weiter raus. Naja. Wo muss ich da jetzt eigentlich schon wieder hin? Verdammt. Ich kenne mich super aus. Ah, Entschuldigung. Oh. Also kann sein, dass vielleicht sowas auch mal brennt. Und ich glaube, ich fahr' grad voll in die verkehrte Richtung. Also was eventuell noch schön wäre, wäre bei der DVD-Version oder bei der CD-ROM-Version, wenn man noch einen Plan des Geländes mit reinlegt. Oder vielleicht ein PDF auch noch und so. Müsste ich mal schauen, weil ich hab' da eine PDF-Vertei mitbekommen. Vielleicht ist ja da zufälligerweise auch was drin. Aber ich muss ja wieder sagen, der Sound ist wieder so ultra geil. Marco Siebold macht das schon super. Ein Einsatzbefehl für Florian 1. Im Bereich des Sägewerks kam es zu einem Zwischenfallen. Ante der Brandmeldeanlagen hat ausgelöst. Begib die schnellstmöglichsturz hin und überprüfe die Radium. Viel Glück. Florian 1, ein Leitschlandmeldereinsatz angenommen. Sägewerk, das ist immer scheiße. Sägewerk, ein Holz mal brennt. Ein Holz mal brennt, dann brennt's. Sägewerk, ein Holz mal brennt. Ja, ich bin da jetzt, ups, leiser, weil der Sound eh zu laut ist. Aber Leute, wenn ihr den Marco Siebold, der hat, einfach Marco Siebold eingeben bei YouTube, abonniert doch mal seinen Kanal, denn er macht echt gute Musik, wenn man das hört. Und dort kann man dann auch über viele neue Sachen hören von ihm. So, jetzt, wo ist es? Da drin. Okay. Also, einfach mal... Mann. Ja. Einfach mal den abonnieren und einfach mal... Ähm... Ja, ihn damit unterstützen. Und ich meine, schon mal schreiben, dass er gute Musik macht. Und er hat das melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Gott sei Dank ist die Halle so klein. Oh, da brennen aber irgendwie... Oh, was ist denn jetzt schon wieder mit dem Framerad los? Warum spinnen die jetzt schon wieder? Die war jetzt so schön auf 30 und jetzt habe ich wieder Absackung. Was? Oh. Ja, ich muss... Nein! Ja. Mach ein schneller Einsatz mit schnellem Ende. Aber das Wichtigste wisst ihr, ja. Die Zaunkordrolle gibt's nicht mehr. Gut, tut mir leid. Beim nächsten Mal geht's weiter. Tschüssi. Ja. Tschüssi. Ja, ich bin jetzt verletzt. Ich muss jetzt schlafen. Gute Nacht. Tschüss.